Wir deaktivieren im Training alle Waffensysteme und setzen nur nicht-letale Kanonen ein. Es gibt zwei Teams, Cass und meine Wenigkeit, gegen alle anderen. Das kann ich dein Ernst, dein Jäger. Ihr schafft es nie, uns alle zu besiegen. Tja, dann muss ich euch ja auch kein Glück wünschen. Also, wo ist dieser heldenhafte Kampfpilot denn? Sie haben gesagt, wir sollen uns bereithalten. Man weiß nie, wann der Feind angreifen könnte. Hey, Pfeisern ist allzeit bereit. Schön, aber kann ich mich auf dich verlassen? In einer Schlacht müssen wir einen an der Rückendeckung geben. Hey, gib du mir Rückendeckung! Ich wusste gar nicht, dass imperiale Piloten so aufeinander aufgepasst haben, Griff. Tja, haben wir nicht. Deshalb haben wir verloren. Und das war auch nicht die letzte Niederlage für dich, wenn ich... Halt! Ich sagte doch, ihr sollt euch bereithalten. Wir verdreht recht. Wir müssen uns Rückendeckung geben. Cash, flieg hoch und scher aus. Ich hab ihn! Ah, Freya ist hinter mir. Lock sie raus. Ich kümmere mich darum. Sie schalten uns zu schnell aus. Wir sollten auch in Formation fliegen. Einverstanden. Was auch immer, aber lasst mich arbeiten! Ich hab ihn erfasst. Warte! Verzockt! Halb! Ich hatte freie Schussbahn! Hahaha! Regel Nummer eins. Im Krieg gibt es keine Regeln, Tora. Kass, sie sind an dir dran. Hilfst du mir, Partner? Verlass dich drauf. Ach, Tom! Behalt immer deine Umgebung im Blick. Verstehe! Also ist es jetzt meine Schuld, dass wir verloren haben? Klar! Du hast unsere Formation gesprengt! Er ist geflogen wie ein guter Rennpilot, aber das macht ihn zu einem schlechten Kampfpiloten. Rennflieger denken nur an sich selbst. Aber gute Kampfpiloten überleben, weil sie zusammenarbeiten als Team.